Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lara Croft. Mit einer männlichen Stimme und nichts im Kopf. Die Croft. Verdammt, ich hab gesagt, es könnte sich eventuell reimen. Aber nein. Tut's natürlich nicht. Kevin kommt eine Idee. Kevin umsetzen wollen die Idee. Kevin dann doch nochmal da hochgehen müssen. Kevin verdammt denkt. Kevin anscheinend nicht richtig nachdenkt. Beinahe wäre sie mit dem Kopf gegen den Kist aufgeklatscht. Und auf jeden Fall ist er elegant aus. Kann mir nichts dagegen sagen. Ich bin jetzt hoch da. Oh, großes Mildkett. Wieso hab ich die überhaupt alle übersehen? Was darf man da hoch? Kevin mitdenken, bitte. Ha, 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 ha. Funktioniert. Eine Idee funktioniert. Das ist der Fortschritt. Der Fortschritt, der Fortschritt. Oh, ein Stückchen noch, ein Stückchen noch. Ich kann... Jetzt den Rest hier. Zieh, 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 zieh. Zieh, 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 zieh. So. Den Rest ziehen wir nochmal hier so hin. Damit's auch... Ja, da ist. Nirgendwo anders. Und da eine Wand. Ich natürlich schlau bin und schon dagegen. Oder springe dagegen. Whatever. Ich möchte den Kontrollpunkt. Den Kontrollpunkt umsonst. Natürlich nicht. Wenn ich mich kenne, bringe ich mich jetzt gleich um. Ich fahre gleich bestimmt irgendwo runter und tue mir ganz doll weh. Ich kenne mich. Und dann muss ich das Ganze wieder von vorne machen. Ja, ja. Bestimmt. Bei dem anderen Malen hatte ich nur Glück, um das zu erreichen. Jetzt, wenn ich es wirklich brauche, für das letzte Mal, erreiche ich diesen Punkt nicht. Ah, doch. Glück gehabt. Wie immer. Hier ist wirklich nichts können bei mir. Bei mir ist alles Glück. Hier ist alles Glück. Nein, das Ding ist auch nicht hier hinter. Wo ist das? Wo ist das Ding hin? Och, nö, na? Ey, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Ich hab's genau so hin positioniert. Ich bin echt super. Ich bin echt super. Oh, nö, jetzt kann ich das doch nochmal machen. Na, ihr müsst drunter leiden. Unter meine Doofheit müsst ihr drunter leiden. Das tut mir echt leid. Ich bin untröstlich. Wie kann sowas nur passieren? Mann, oh. Jetzt kann ich direkt nochmal da runter. Wenn das jetzt nicht geht, könnte ich es auch hier hochziehen. so jetzt wird es doch eigentlich passen wird eng hoffentlich passt wenn nicht dann dann heulich eiskalt hier jetzt los wenn es nicht passt ich glaube dann haben wir das level auch geschafft glaube ich mal da kommt noch 15 level hier in griechenland die alle doppelt zu lang sind das wird griechenland hoh komm schon sieht immer so aus als würde sie nee ich habe keine lust bis da hoch zu fliegen dahin zu fliegen jetzt hoffentlich das letzte mal das ding drehen komm schon passt durch je da hinten ich hab so ich hab fliegen gesehen es passt es ist durchgepasst es ist jetzt hier yay er ist glaubt geschafft Kontrollpunkt hat man nicht irgendwann mal die schnauze voll vom ganzen schwimmen oder vom fliegendem schwimmen oh mein gott wo treibt das denn Arschbombe ist das schön hier ganz einfach das ist richtig schön hier Tunnel 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 Wasseroberfläche ich hab schon gedacht das sind wirklich keine da 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 yay ganz geschafft öffne dich Sesam öffne dich hier steht Lara soll ich mal drauf schießen öffne dich Könnt ihr mir mal weiterhelfen? Könnt ihr das? Wow. Krass. Wie. 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 Okay. Bestimmt muss es irgendwo so ein Mechanismus dafür geben. Der befindet sich in dieser Höhle. Oder es befindet sich in Krokodil drin. Gucken wir mal nach. Oder es befindet sich da ein Secret. Ja, ja. Oh, jetzt ist er ertrunken. Jetzt ist er ertrunken. Okay. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder. Auf Wiedersehen.